Hallo und willkommen bei smarthornblogger.de. Heute zeige ich dir, wie du dir einen eigenen NAS-Server mit RAID 0 oder 1 selber bauen kannst. Dafür brauchst du nur einen Raspberry Pi, eine MicroSD-Karte, einen aktiven USB-Hub, zwei USB-zu-SATA-Converter und zwei Festplatten mit gleicher Kapazität. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt. Als erstes musst du das Betriebssystem Raspbian herunterladen und es auf die SD-Karte deines Pi aufspielen. Wie das geht, habe ich bereits im Video Raspberry Pi die ersten Schritte erklärt. Dort zeige ich dir auch, wie du das Programm Putty verwendest, um deinen Pi über das Internet zu steuern. Folge dem Tutorial bis zur Einrichtung der WLAN-Verbindung und führe diese, je nachdem, ob du deinen NAS per LAN oder WLAN mit deinem Netzwerk verbinden möchtest, durch oder auch nicht. Danach fährst du deinen Pi mit dem Befehl sudo shutdown now-h herunter und steckst das Netzteil ab. Anschließend verbindest du die Festplatten mit den USB-zu-SATA-Convertern, die du an den USB-Hub anschließt. Den USB-Hub steckst du nun an einen USB-Port deines Pi an und schließt nun alle Netzteile an, um alles zu starten. Verbinde dich danach per Putty mit deinem Pi und gib den Befehl sudo fdisk-l ein. Wenn du alles richtig angeschlossen hast, sollten die Festplatten in der Übersicht aufgelistet werden. Bevor die Software installiert werden kann, muss der Pi aktualisiert werden. Das machst du mit den folgenden drei Befehlen. sudo apt-cat update sudo apt-cat upgrade und sudo apt-cat dist-upgrade Nach der Systemaktualisierung wird die Software md-adm verwendet, um das RAID-System anzulegen. Mit dem Befehl sudo apt-cat install md-adm wird md-adm installiert. Nach der Installation öffnet sich das Konfigurationsmenü von md-adm. Hier gibst du all ein. Anschließend wird dein Pi mit sudo reboot neu gestartet. Um einen NAS-Server mit RAID 0, also ohne Sicherung, aber mit der Summe der Speicherkapazität beider Festplatten anzulegen, gibst du folgenden Befehl ein. sudo md-adm-c-v-dev-md0-10-n2-dev-sd-ab-1 Willst du stattdessen ein System mit RAID 1, also mit Sicherung, aber nur Speicherkapazität einer Festplatte nutzbar anlegen, benutzt du folgenden Befehl. sudo md-adm-c-v-dev-md0-l1-n2-dev-sd-ab-1 Danach prüfst du mit dem Befehl sudo fdisk-l, ob das Speichergerät def-md0 angelegt wurde. Vor der Verwendung wird das Dateisystem noch mit ext4 formatiert. Das machst du mit dem Befehl sudo mkfs-dev-md0-t-ext4. Nach der Formatierung kannst du dir mit sudo md-adm-minus-detail-slash-dev-slash-md0 den Status des Gerätes anzeigen lassen. Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen. Jetzt wird ein Verzeichnis angelegt, in das die Festplatten eingebunden werden. Das geschieht mit sudo mkdir-slash-media-slash-nas. Dort wird nun das Rate Array mit sudo mount-slash-dev-slash-md0-slash-media-slash-nas eingebunden. Damit die Festplatten bei jedem Systemstart automatisch gemountet werden, wird mit dem Befehl sudo nano-slash-etc-slash-fstep die fstep-datei bearbeitet. Am Ende der Datei wird folgendes eingetragen. Slash-dev-slash-md0-slash-media-slash-nas-ext4-defaults-0-0. Die Datei wird mit strg und x, dann j und enter gespeichert. Es gibt manchmal das Problem, dass der Pi schneller hochfährt, als das Rate Array angelegt werden kann. Dadurch kann es nicht verwendet werden. Mit einer kleinen Boot-Verzögerung kann dieses Problem jedoch gelöst werden. Öffne die cmdline-Datei mit dem Befehl sudo nano-slash-boot-slash-cmdline.txt und füge am Ende der Datei root-delay gleich 5 ein. Damit war das Problem bei mir gelöst. Um md-adm beim Systemstart automatisch auszuführen, gibst du den Befehl sudo nano-slash-etc-slash-default-slash-md-adm ein und fügst am Ende der Datei autostart gleich true ein und speicherst auch diese Datei. Im letzten Schritt wird nun die Dateifreigabe mit Samba eingerichtet, damit du mit deinem PC, Laptop und Smartphone auf die Dateien zugreifen kannst. Dazu wird zuerst die nötige Software installiert. Das machst du mit dem Befehl sudo apt-get install samba samba-common-bin. Nach der Installation öffnest du mit sudo nano-slash-etc-slash-samba-slash-smb.conf die Samba-Konfigurationsdatei. Dort fügst du am Ende den folgenden Text ein. In eckigen Klammern rasp-nas, path ist gleich slash media slash nas, writable ist gleich yes, guest-ok ist gleich no. Speichere die Datei anschließend. Nach dem Speichern wird der Pi neu gestartet. Das machst du mit dem Befehl sudo reboot. Damit nicht jeder auf die Dateien zugreifen kann, wird nun noch dem Nutzer Pi ein Samba-Passwort gegeben. Das machst du mit dem Befehl sudo smb-passwd-a pi. Dort gibst du nun das Passwort ein. Anschließend werden diesen Benutzer und seiner Gruppe mit sudo chown-r pi.samba-share slash media slash nas die Rechte für den Ordner der Freigabe erteilt. Um die Konfiguration abzuschließen, startest du deinen Pi mit sudo reboot neu. Nun kannst du deinen eigenen NAS-Server als Netzwerkfestplatte bei deinem PC hinzufügen. Dazu musst du die IP-Adresse, den Nutzernamen Pi und das vorher vergebene Passwort eingeben. Das war's mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen und hier kannst du dir noch die beiden letzten Videos ansehen.